Mein Name ist Susan Johnson und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute hier sein darf. Und das ist mein liebster Freund und Translator, Ushi Han. Das ist mein... Okay, hat jeder verstanden? Ich übersetze Ushi Han, mein Name. Es ist mir eine große Freude, euch Punkte zu unterrichten, die in meinen Augen eurer Praxis der Akupunktur radikal und grundlegend verändern werden. Ich bin sehr dankbar, dass ihr hier seid, bereit zu lernen und dass ihr interessiert seid an dem Thema. Aber ich sage euch von ganz Anfang an, ich brauche euren Glauben nicht. Was ich wirklich brauche, ist, dass ihr das für euch selbst ausprobiert zu Hause. Montag gleich. Ich gebe euch Punkte, darf ich euch sagen? Ja, also ich sehe sie nicht, okay. Ich werde euch Punkte geben, die ihr gleich am Montag sofort anwenden könnt. Und das Kostbare am Dungspunkten ist, dass ihre Wirkung sofort eintritt. Wenn euer Denken korrekt ist, die Ergebnisse sollten sofort zu Tage treten, direkt vor euch auf dem Behandlungstisch. Was auf dem Tisch passiert vor euch, wird euch ja sagen, ob euer Denken korrekt war. Wie viele Menschen haben schon Dungspunkten studiert und gelernt? Wer von euch hat schon mit Richard Tann studiert, gelernt? Okay. Das wird euch ein wenig helfen. Es wird euch auch ein wenig herausfordern gleichzeitig. Wer von euch nicht weiß, wer Richard Tann ist, er war ein herausragender Akupunkturist, ein herausragender Lehrer. Und er ist vor kurzem verstorben. In seinen Anfängen hat er die Punkte von Dr. Dung studiert und erlernt. Was er Methoden genannt hat, hat er übernommen. Und er hat Namen gegeben. Ihr werdet also die gleichen Methoden und Namen wiedererkennen, wenn wir Dung's Akupunktur erlernen. Aber wer von euch hat weniger als fünf Jahre praktiziert? Ach so, Akupunktur im Allgemeinen, wer arbeitet weniger als fünf Jahre mit Akupunktur? Einfach die Hände geben bitte und schön hoch, wir sehen hier schlechte Hände. Okay, zehn bis zwanzig. Ah, mehr als zwanzig. Wir haben also eine ganz große Bandbreite hier. Diejenigen unter euch, die weniger als fünf Jahre praktizieren. Wir nennen euch einen sauberen Untergrund sozusagen. Danke, danke. Ihr müsst euch nicht schlechte Angewohnheiten abgewöhnen. Ihr müsst nur euren Geist abgewöhnen.